So, der Yoshi ist wieder da, gleich kriege ich nochmal Besuch von meiner Frau, die bringt mir meine Drogen und ich habe heute schon wieder ganz dreckige Erfahrungen gemacht, das ist unglaublich, aber erzähle ich euch gleich in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem guten Ragnar und wieder mit dabei, weil immer noch am Bahnhof beschäftigt, ist der gute Yoshi, moin Yoshi! Moin, habe ich gerade Drogen gehört? Ja, Drogen hat er gehört und jetzt wollte ich die Geschichte erzählen mit den Drogen, denn gestern Abend ist uns der Kaffee ausgegangen, das war ein ganz dreckiges Erlebnis und ich habe heute Morgen gedacht, ja komm, trinkst du ein Cappuccino, macht schon ein bisschen wach. Ende vom Lied war, bis um 11 häng ich irgendwie in der Bude rum und habe versucht irgendwie klar zu kommen, habe massive Kopfschmerzen gekriegt, habe überhaupt nichts mehr auf Reihe bekommen und ja, habe mich dann erstmal hingelegt bis halb 1 und bin dann losgestafft, habe einen neuen Kaffee gekauft, um dann festzustellen, wie weggeblasen. Super, ich bin echt abhängig von Kaffee, genauso wie meine Frau, die hatte nämlich das gleiche. Ach du Schingstenstar. Krass, oder? Deswegen holt ihr jetzt unsere Drogen und ja. So, aber was ich jetzt eigentlich machen wollte mit euch, was vielleicht viel relevanter ist und weswegen ihr das vielleicht eher guckt, äh, ich hau jetzt hier mal den ersten Jet in die Luft und sag, wuh, Abflug! Und dann haben wir nämlich die Bauxite-Raffination freigeschalten und können dann mal gucken, wo unser Zug irgendwann dann auch mal hinfahren soll, denn da, wo wir den Bahnhof bauen, soll ja näher auch die Aluminiumproduktion hin. So, dann haben wir das nämlich schon mal ermedigt, können hier einmal sagen V und fragen, wo gibt's Bauxite? Der Yoshi könnte mir das sicherlich auch sagen. Ja, könnte ich ja. Aber das mache ich ja so nicht. Ich gucke ja, dass ich hier selber zurechtkomme, obwohl bei den Festplatten war es mir auch scheißegal. Wo ist das denn? 1600 Meter? Ernsthaft? 2000? Ja, oben links bei den Ölfeldern von dir ein bisschen höher. Nee, bei den, wo ich die Kraftwerke aus der Hölle gebaut habe. Tatsächlich. Echt? Ja, da habe ich noch den Signalisator stehen. Und da sind rundum drei Stück, sagt mir die Karte gerade. Ja, also zu. Das ist das nächste, was hier irgendwie rankommt. Alter, der Zug braucht ja ewig. Ja, und das ist auch das Problem. Es ist auch ziemlich, ziemlich weit hoch, ne? Ja. Ziemlich, ziemlich weit hoch, ja. Ja, und das ist das Problem bei Bauxite. Es ist immer hoch. Aber nie lebt, dass es unten ist. Wie mache ich das denn? Ich könnte allerdings, ähm, alles zum Nebenlager verschiffen und das von da mit dem Zug abholen. Ja. Dann musst du ja nicht ganz so weit fahren. Das wäre, glaube ich, die clevere Idee. Muss ich das nur noch irgendwie im Kreis hin? Oh, oh. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Uh, das war knapp. Und ich muss sogar noch wieder hoch. Scheiße, ich habe den ganzen Stahl da gelassen. Verdammte Kacke. Oh, okay. Das wird ein witziges Unterfangen. Aber erstmal muss der blöde Bahnhof hier sowieso fertig werden. Ja, und vor allem auch, äh, was hast du hier im Bahnhof gemacht hier noch, wo ich nicht da war? Gar nicht so viel. Irgendwie noch so ein Dach ein bisschen raufgenagelt, mehr Dach, äh, den Vorplatz ein bisschen betoniert. Ja, ähm. Minimalistisch habe ich da was gemacht, warte. Ja, und die Rampe hier für die, äh, die Schienen, die sieht auch ein bisschen bescheiden aus. Weiß auch nicht, das ist, äh, das Hälfte aufgehört. Ja, die ist ein bisschen krumm, da gebe ich die ganzen recht. Äh, aber das ist, das ist, ja, mehr oder minder. Ne, die ist gar nicht so, so krumm ist die gar nicht, warte, ich bin ja gleich da. Ne, die Leute wissen uns gar nicht, wovon wir beide hier reden. Ja. Das ist mir vielleicht doof. Ähm, okay, ich hoffe, ich überlebe das mit mal ein bisschen Health. Ja, natürlich, natürlich. Bisschen gegenkommen und dich wiederbeleben, oder was? Unbedingt, unbedingt. Obwohl, du bist ja gar nicht im Deckel. So, nö, ich bin gleich da. Und wäre ich hier gestorben, wäre ich, glaube ich, schneller wieder bei meinem Leichnam als du bei mir. Nee, ich krieg Kaffee. Ohhhh. Kaffee! Und meine Frau denkt so geil mit, das ist der Shit. Gönnt euch. Die gute Community-Tasse. Ja. Ja. Mh, super. Schmeckt gleich besser. Schleimer. Ja, gibt's aber nicht mehr zu kaufen. Glaub ich. Nee, du? Gar nicht zu kaufen. Nee. Nur doch. Die gab's ja nur als Geschenk. Als Geschenk? Seit wann bezahlt man denn selbst Geschenke? Haha. Haha. Nicht ganz geschenkt. Okay, okay, es gab, es war eine spezielle Aktion. Ich geb's zu. Ja, es gab eine Verkaufsaktion. So. So, was meinst du denn, was ich noch gemacht habe? Ich bin jetzt hier bei dir langsam. Äh, hier. Hi. Hi. So, nee, das Dach hast du ja hier schon letztes Mal fertig gemacht. Ich glaub, das war letztes Mal schon drauf. Ja, aber ähm, was ist das hier? Genau, ich hab hier eine zweite Schiene hochgelegt. Und, äh, das hat einen relativ einfachen Grund, warum das hier so kreuz und quer ist, so ein bisschen. Äh. Ist das Absicht, oder? Ja, ja, komm mal mit hoch. Dann siehst du das nämlich. Weil ansonsten passt das hier hinten nicht. Mit den restlichen Fundamenten. Dass ich hier auf eine Höhe vernünftig komme. Ansonsten wird das hier nämlich krumm und schief. Äh, ja. Okay. Ja. Lässt sich leider nicht ändern. Und so hab ich halt zwei Spuren. Das ist ja auch cool. Wo ich ja auch aus meinem Freund von bin. Weil irgendwann, irgendwann kommt die Kollision. Irgendwann kommt sie. Irgendwann kommt sie. Genau. Aber ist halt eigentlich egal. Weil, ähm, eh noch alle Züge in eine Richtung fahren. Also, die fahren im Bahnhof oder nicht? Ja, das ist richtig. Also. Aber grundsätzlich, die werden ja alle andere Timings haben. Also, die Fahrzeiten der Züge werden sich ja unterscheiden. Und das heißt, die werden auch immer versetzt ankommen. Dieses versetzt wird sich immer ändern. Ah, ja. Und irgendwann können sie dann parallel, beziehungsweise gleichzeitig hier reinfahren. Das kannst du so beziehungsweise. Ah, ja, dass das nicht das eine auf den anderen warten muss. Äh, ne. Das weniger. Dass einer nicht durch den anderen glitscht. Das will ich ums Verrecken vermeiden. Ne? Ums Verrecken. Und so sind ja nur zwei Züge hier auf dem Gleis. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal irgendwann zwei zusammenstoßen, wesentlich geringer. Hm, okay. Ja. Okay. So, der Yoshi. Ich habe ja dann beim letzten Mal noch ein kleines bisschen weiter gebaut. Ne? Das heißt, es gibt hier unten noch ein bisschen was, was ihr noch nicht gesehen habt. Ne? Wir haben hier nämlich schon mal, beziehungsweise Yoshi hat hier schon mal die Bänder alle zusammen geführt. Und wir haben hier hinten die Bänder schon rum, wo das dann zusammen läuft. Und zwar hier. Aber ist das nicht schön, wie schön das passt hier? Das ist der Wahnsinn, oder? Ja. Die Forst aufs Auge. Ja. Hat doch lange genug gedauert. Ja. Das ist ein Viertel von dem Ende, ne? Ja. Ziemlich genau. Ja. Voll gut. Mit den Gittern davor finde ich auch klasse. Das hat echt was. Bloß keiner reinfällt. Wuii. Ja eben. Könnte sonst was passieren. Ja nicht, dass man hier an der Seite nicht reinfallen könnte. Aber ist ja egal. Obwohl, hier fällt mir gar nicht rein. Ich versuche das mit Absicht da reinzukommen. Das ist ganz einfach. Von daher alles cool. So, ne? Ich hab's geschafft. Also, äh. Ja, ich auch gerade. Was machst du denn jetzt hier? Brauchst noch mehr von der Matte? Ja, da war eben noch ein Loch. So riesiges. Also, echt? Ja. Oh, das war nicht gewohlt. So, auf jeden Fall werden dann vier Fundamente hier unten langfühlen. Ne? Und soll dann hier durch die kleine süße Witze. Hör, er tritt es. Hat er. Hat er echt. Ja. Wird das Ganze dann nach oben geführt. Man sieht hier. Es zicht. Hast du alles dicht gemacht. Da hab ich aus... Oh, jetzt hast du das weggelöscht. Ja. Da weg und da weg. Das heißt, da muss noch mal eine Fundamentplatte hin. Warte, hier. Übernimmst du, ja? Ich mach mal. Ja, mach mal eben. Kannst du weiter erzählen, was hier so abgeht. Genau. Das heißt, ich kann mich dann erstmal hier rum kümmern. Äh, ja. Logistik ist richtig. Das heißt, wir müssen theoretisch... Da. Direkt hier an der Kante... Ne, ein weiter hinten, glaube ich. So müsste es sein. Und dann müssten wir hier... Genau. Sauber hochkommen. Das gleiche müssen wir da oben nochmal machen. Dann laufen die beiden Förderbinder hoffentlich auch zusammen. Also die beiden Lifte. So. Kicken wir mal einmal. Ja, was stimmt ja nicht. Mach das erstmal provisorisch gleich. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Den auch nochmal so. Ja, also die sollen eh weiter hoch. Also... Das ist hier noch nichts finales. Aber nur, dass ihr erstmal wisst, was ich hier vorhabe. So. Und dann... Sollte das... Oh, ich glaube das passt nicht. Nein, das passt tatsächlich nicht. Ich kotze im Strahl. Ey, alter, warum hast du das hier nicht so... Nicht gleich hier an die Wand dran gebaut? Was habe ich an die Wand dran? Dann... Was ist... Was ist... Dass der... Ein paar Stunden bis da unten kann. Äh, weil dann Hubel ist. Indem ich nicht vorbeikomme. Ne, ist ja kein Hubel. Alles hier sauber. Ne. Okay. Also... Stimmt. Ich könnte es gleich hochziehen. Probieren wir mal. Weil es cooler aussieht wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Potenziell. Potenziell. Immer alles. Bei mir ist alles immer nur potenziell. Äh, ne gucken wir mal. Ne, hier kann ich schon nicht mehr hoch. Scheiße. Warte mal. Ja. Daran liegt es. Nichts. Einfach, äh... Hier. An den. An die Wand. Ja, ja. An die Wand. An die Wand. Die Fundamente haben keine Kollision. Aber die Wand. Die Wand. Ja, ich werde an die Wand fahren. Ja, schön an die Wand fahren. Ja, schön an die Wand gefahren. Ganz genau. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da nach ganz oben komme. Wir kicken mal einmal. Ah, da ist auch wieder eine Wand. Und die hat auch wieder Kollision. Scheiße. Ja, die Wand da? Ja, die kannst du da wegnehmen da. Wupp. Weg ist da. Ja, bist von unten angekommen. Oder bist du schon hoch? Ja. Ich bin doch schon... Herrlich. Herrlich. So. Kannst du noch höher? Kannst du noch höher? Ja. Gut, dass du da bist. So. Warte. Warte, ich gehe mal eben nach oben. Dann könnt ihr sagen... Einglick noch. Einglick noch. Moment. So. Das war zwei. So. Noch ein runter. Ein. Äh... Noch ein. Das wird zu viel. Das ist... Ja. Ja, so. So, ja. Okay. Dann machen wir die anderen auch gleich. Wenn wir schon mal dabei sind. So, guck mal. Aber da... Oder ich... Es erzählt... Ne, ist genau die richtige Höhe. Sehr schön. So. Warte mal. Ich muss hier eine Bänder mal grad bauen. Moment. Wieso ist die versetzt? Frag mich nicht. Die hast du gebaut? Ja, hier passt was nicht. Das eine sitzt falsch. Eine Förderung. Ah. Unerhört. Unerhört. Unerhört, ey. Ist ja gar nicht symmetrisch. So. Hier muss es nämlich hin. Ich glaube, du musst wieder nach oben, du. Achso. Oh, Entschuldigung. So. Dann müsste das... Hier? Nein. Hier sein. Okay. Du sagst wieder die Höhe an. Au. Puh. Boing. Boing. Bounce. Sagt man auch. So. Weil von hier unten bei der Höhe siehst du echt nicht mehr, ob du da auch nur annähernd passend dran bist, ne? Ja. Ähm. Höher? Jo. Noch weiter. Ja. So. Passt genau? Ja. Super. Einfach mal klicken. Ja, genau. Super. Einfach mal draufklicken. Einfach mal draufklicken. So. Ja. Der nächste. Noch nirg. Noch ein Stück. Stück. Zu viel. Ein zurück. Ja. So. So. Perfekt. Nice. Ja. Und... Und... Der die das letzte. Zu hoch. Ha. Extrem zu hoch. Neun Stück. Noch ein. Einfach zu viel. Ja. So. Okay. Sauber. Sauber. Ja. So, dass ich hier hinten jetzt wieder alles abreißen muss. Ist ein bisschen assi. Aber gut. Ja. Äh. Äh. Wir raten hier passt keine Wand hin. Nein, es passt keine Wand hin. War ja klar. Aber... Wollen wir mal 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 an. Ja. Das wollte ich kurz sagen. Wird einmal fix. Da kann man doch mal ein... Ähm... Organisationen wussten das. Da... So. Kommt der hier weg. Zorn. Ey, Zorn passt auch nicht. Wie zu... Wie zu... Gibt es da nicht? Zorn passt auch nicht. Ne, den, äh... Vöderliften. Okay. Das guck mich lange an. So, das passt. Und... Das passt auch. Dann lift, lift, lift. Dann wieder nach unten. Zack. So. Dann sitzt der auch. Und dann können wir rüberziehen. Zack. Äh. Habe ich hier den falschen Ansatzpunkt genommen. Scheiße. Das war dumm, 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 dumm. Komm ich ja nicht durchgehen? Ne. Schade. Nix vorbereitet. So. Ne, du, dort, dort. So weit ist alles cool. Aber... Ich hatte den alten Nupsi noch sitzen. Achso. Ja, das ist eigentlich... Der... Falsch saß. Und hab den natürlich prompt genutzt. Clever wie ich bin. Scheiß auf Leibnil. So. Okay. So, ähm... Wie man... Muss ich hier noch... Ich kann auch... Ach, ich weiß, wie ich das mache. So. Dann kommt der Scheiß hier nämlich auch raus. Und dann kicken wir da gleich mal. Oh ja, das sieht hier auch ganz cool aus. Das gefällt mir. Mit den Wänden müssen wir dann halt mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Kommen wir hier unten jetzt eigentlich wieder welche ran? Wahrscheinlich nicht. Ne, jetzt ist das mal nicht zu laut. Da würden wir einen rankriegen. Ne. Leider nicht. Aber das hier finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig, dass hier keine mehr gehen. Ne, da gibt es Schlimmeres. Optisch. Nur weil hier drin sind ganz andere Leute runtergefallen irgendwo, ne? Ja, und hier drin siehst du die Fundamente ja auch. Ne, das ist ja alles cool. Einen Weg rein müssen wir noch irgendwie bauen. Vernünftig. Einen habe ich tatsächlich schon. Moment, der ist hier hinten. Zumindest... Ja, ich habe einen Eingang. Ich habe einen Eingang in den Bahnhof gebaut. Ne, ich musste hier ja gucken, dass ich nicht ans Giftgas rankomme. Und... Hm. Es ist ein Müh zu weit, äh zu nah dran. Ob du das nicht so willst, solange man sich nicht direkt ans Gift erstellt. Und ich hatte hier angefangen tatsächlich eine kleine Oase zu bauen. Eine wunderschöne. Oh, nice. Guck mal, ich habe einen Sprengstauf. Nein, lass das! Hasi! Ne, das passt hier so schön rein. So, und dann kann man nämlich hier reingehen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Und dann kommt man hier oben an. Perfekt. Kann schön auf den Bahnhof runtergucken. Und das heißt, hier kann nochmal ein Fundament ran. So ein flaches eigentlich. Ne, so einen kleinen Überstand. Das ist natürlich... Waaaaaah! Yoshi den Weg. So. Dann gefällt mir das so erstmal nicht. Ne, das finde ich doof. Das finde ich doof. Ich glaube, ich will hier nur ein Halbnis-Fundament. Warum setzt du nicht hier gleich so hier, ähm... Äh... Äh... Organisation... So. 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 Und dann hab ich... Die Dingern. Was denn? Ne, ich mach ja mal mein Ding weiter. Mach mal da was gucken. Mach mal dein Ding. Mach dein Ding. Ja, schwing dein Ding. Äh, mach dein Ding. Schwing dein Ding. So, wirst du wissen. Also, soll mir egal sein. So, dann kann ich hier nämlich über der Treppe runtergehen. Tütütütüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ist der Hund mal wieder da? Ob der mich beim letzten Mal ja fast wahnsinnig gemacht hat. Wuselt hier hinter mir rum, ey. So, machen wir hier noch eine Kurve lang. Aber nicht in die Richtung. Ich will nur... Kann ich damit leben? Kann ich damit leben? Ja. Das ist da an der Wand befestigt. Das ist schon cool. So, und dann... Ne, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dann drehen wir mal hier schon rum. Wir könnten direkt da unten reinbauen. Das ist auch cool. Hat eigentlich auch was. Direkt einen Zugang schaffen. Direkter Zugang. Aber wir machen es anders. Wir machen erstmal einmal den. Die müssen darunter durchkommen. Ja, sauber. Und dann nehmen wir hier so ein T-Stück nämlich. Links und rechts. Und hoffen, dass es... Links und rein. Dass das alles schön passt. So. Hier eine Kurve rein. Da wieder festgemacht. Sehr schön. Und... Dann kommen wir hier sauber hin. Jo. Das gleiche machen wir mal auf der Seite. Leg' mal... Warum? Ich hab in letzter Zeit echt Probleme mit meiner linken mittleren Maustaste. Das nervt ein bisschen. Ich glaube, ich muss... Meine linken mittlere? Linke mittlere, ja. Ich glaube, ich muss tatsächlich mal meine Maus einschicken. Finde ich mal sauber machen. Sauber machen? Ja, die ist da ein bisschen Dreck dazwischen irgendwie. Wie soll ich dir... Nicht drüber nachdenken. Nein, tatsächlich spinnt der Akku auch rum und das nervt. Achso. Achso, ja dann. Garantiefall. Genau. Und die war teuer. Die hätte ich gerne ersetzt. Entschönen und sauber. Genau, so. Ja, die schon relativ abgegriffen. So, jetzt passt das natürlich mit dem Scheiß-Fundamentchen nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nehme das doch mal weg. So, jetzt geht's wieder. So, gut erhört, ey. Und erhört. So, dann... So, und hier auf dem Boden der Tatsache. Zack. Erh... Ist semi-geil. Ist leider nur semi-geil, so geht's nicht. Boah, ich glaube, so kann man es lassen. Sagst du so eine Fall, ja? Ähm, ja. Also das Häuschen obendrauf mit den Ausgängen. Ja, kann man so lassen. Es ist abgeschlossen, kann er keine runterfallen. Ja. Okay. Nehme ich so hin. Wir gehen in Höhe. Und hoffen, dass es dann besser passt. Zack. Ein Höhe und dann ein weiter. Zwei. Äh, das war ja dumm. So, das passt mir nicht, weil das da zu sehr in den Weg reinragt. Das möchte ich eigentlich nach Möglichkeit vermeiden. So, noch cooler wäre ja, wenn das mit dem Eingang von da hinten irgendwie zusammenfließt am Ende, ne? Das wäre ja so optimal. So. Und so. Den ganzen Schnorrelrodots da weg. Ne, hätte ich das hier schon mit dem T-Stück? Okay. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dann kommen wir bis hier. Genau. Dann machen wir das hier nämlich mit einer Kurve. Plopp. Und hier das T-Stück. Und dann, gehen wir einfach hier runter. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. sitzen wir hier sauber dran Waaahhhh das war dumm das war dumm Müller wieder einmal äh grün war raus da festgemacht und äh wir sind sehr doll im Stein drin wir gucken gleich mal wir gucken sich gleich mal von oben an ach ja ne ist noch ok haben wir noch Rahmen hier eigentlich? Rahmen? ne ja ne äh tschuldigung Nudeln sind aus ah Mist Nudeln sind aus tut mir sehr leid ähm brauchst noch irgendwas? äh hast du mein schwere Nudelarrahmen? ne 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 nur mal nur äh warte ja hab ich hier warte echt? ja ich hab was geholt äh reichen die 50? oder brauchst mehr? äh warte mal ich brauche äh reichsicke danke ok ok schniböen gegen geschehen ja recht und kommt ich weiß ne ist ja meins haha so da müssen wir trotzdem auch mal gucken wie wir das hier machen ähm ne das geht nicht wie wie das sieht scheiße aus hm 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 so so und dann arbeiten wir einmal nicht mit rundum glaube ich sondern mit dem hier das macht glaube ich in dem Fall einfach mehr Sinn das macht glaube ich in dem Fall einfach mehr Sinn ja ist erstmal okay hm 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 hmm hm yeah hm 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 auch nicht vor allem stört mich dass wir hier irgendwie noch einen eingang brauchen so erstmal kommt das hier weg hier kommt glaube ich der fußweg hin oh da liegt eine kiste guck mal beton ich habe beton gefunden tach der shit so warum liegt der mitten in der heide eine kiste ich weiß nicht warum das bei mir immer so ist dass das letzte aufgeräumt letztens ist es auch schon wieder ein halbes jahr her echt als sehr zeitrennt werden wenn wir aufhören also das hatte ich habe 50 kosten aufgrund sammeln ja ja so in der so in dem dreh kommt das hin man kann ja 50.000 oder so in der vielleicht auch das wir können ja nicht so weit okay wir haben hier eine zugstrecke die sonst ein bisschen im weg sein könnte das hier so und da liegen ja das ganze in ordnung so weit so gut führt hier der weg runter wir müssen noch in tiefe ok muss doch material holen wieso naja aber hast du noch auf dem eisenplatten richtigen haufen reichen 800 ja ich war doch schon unterwegs bei euch den container ja und dank dir ich die meisten 600 ja du brauchst auch noch was hier weitest du noch nach drin und passt auf so und dann führt der weg hier erst mal rüber so und hier können wir dann ein t-stück draus machen klick ach so ich wollte gerade sagen dass sie jetzt kaputt auf einmal war das teilstück total klein ich musste mich erst mal orientieren so das führt hier rüber mal einfach von den bogen entlang oh sind wir da über der kante ich bin ja auch sonst mal drücke bauen die brücke ist heute nicht dran das ist nicht es tut mir sehr leid joshi schade ist es kann nicht jedes mal eine brücke sind es ist nicht mehr die richtige höhe scheiße mann das muss alles soll das machen was bloß nicht es wäre nur mugs feld was du sollst sagen das können von dir auf deiner seite nur aus scheiße so geht das nicht ah mimimi was bist du was bist du was bist du mein Kaffee nimmt nicht auf was dein Kaffee nimmt nicht auf ne ich habe ihn noch nicht auf auf was trinkst du für Kaffee ja so schwarzen mit Zucker und Milch die 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 schüler ist nicht schöner schwarzer Kaffee schwarz schwarz heiß und lecker muss er sein schön schwarz heiß und lecker ne schwarz heiß und lecker so kommt man hier schon jetzt muss man noch immer wieder wieder kommen heißer Kaffee Junge was für diesen äh ja ach wo Plastik das waren noch Zeiten sinnlos im Weltraum will ich auch mal Käpt'n sein ja loben machen ok hast du Plastik oder musst du dir das auch noch holen Plastik ist jetzt aus was baust du denn da dass du so viel scheiße brauchst ähm äh Rohre ach stimmt wir brauchen nur noch Rohre hab ich gar nicht mehr dran gedacht wenn wir dann noch einen Bahnhof ha 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 wir haben auch einen Bahnhof der euch denn wie kommt das denn verdammte Angst hm das ist ja schlecht ja aber wie war das auch zum Glück ist das äh Lager in der Nähe ne ja das Plastik ja doch im Zentrallager gibt es auch schon Plastik alles cool so jetzt muss ich mal grad gucken wie meine Aufnahme läuft denn ich habe ja jetzt die Woche die Ascent hochgeladen mit dem guten Kai und dem guten NoBudgetNerd ja und da hat die ganze Aufnahme die ganze Zeit geruckelt ich weiß nicht warum das liegt bei mir butterweich und in der Aufnahme war Kotz das ist ja bescheiden ja fand ich jetzt auch nicht so gut normal so erstmal muss hier das geht nicht das geht nicht und das geht hier auch nicht so hat mein das jetzt geht das geht das geht das soo jetzt müssen wir da rüber kommen ja das kann hier schnell mal passieren ja besonders weil ich hier auch so oft bin ah hier bin ich geil wir könnten können wir können wir können jetzt müsste gehen äh in der Zentrallager brauchst du ein paar Lichter glaube ich ja da brauche ich dringend Licht ähm nehme ich dir voll und ganz recht ja so ähm wo waren wir? wo waren wir? boordest du irgendwas? ich? ja du kannst wieder Eisenplatten noch wieder mitbringen ja ja hast du nicht noch so einen Container wo man alles reinspeisen kann das wird wegsortiert? äh ja gleich wenn du reinkommst rechts rum achso da ist ein kleiner Raum da drin ja genau ja geil zwischen Werkstatt und Dingsiel ja ne nur Ausrüstung wird da allerdings nicht wegsortiert also kann du keinen Sprengköpfe und so? doch Sprengköpfe kannst du reinschmeißen das ist kein Ding na gut das aber das brauche ich ja äh also dieses äh Verbrauchsmaterial kann ich reinschmeißen das da ja Verbrauchsmaterial ist kein Problem und Munition kann ich reinschmeißen ja auch kein Ding das brauche ich auch nicht ja ja soo jetzt brauchen wir erstmal hier schon Organisation so ich mich hä? gab das mehr Snappunkte an dem Fundament als 1 oder? mit dem Bot? ja als 3 hier passt ja schon wieder was nicht doch passt scheiße hab nichts gesagt ich hab rein gar nichts gesagt Josi ich hab dir auch nicht zugehört das ist gut das ist gut das lohnt sich in der Regel auch nur bedingt mir zuzuhören ach dann heißt das so wir haben das das da erstmal wieder weg und der Vorlesung glaube ich auch Beton hat er hier ja so dann dann Plastik ja das wird eng das wird Fick eng Moment da müssen wir mal kicken machen wir einmal so und einmal so ich will halt eine Verbindung von all den Wegen irgendwann haben weil sonst macht das hier alles gar keinen Sinn so und dann gehen wir da rüber das heißt da muss ein T-Stück ran und ich glaube das ist von der Höhe her grad richtig Bullshit das könnte noch schwierig werden aber da gucken wir gleich gucken wir wenn es soweit ist ne wie immer das sitzt nicht das auch nicht na gut ist aber halb so wild kommt das einmal weg und wir setzen das dann einfach hier oben hin und klick und klick und klick und dann bauen wir hier einfach zwei Rampen runter und das ist auch in Ordnung ähm so da sind sie soweit so gut dann müssen wir hier irgendwie über die Züge rüber dafür baue ich mir glaube ich grad mal erstmal einen Zug Zug bauen äh zwei Fundamente hoch ja ja jetzt bleib da stehen du sollst doch nicht runterrutschen bist du scheiße was ist dein für ficktes Problem ne 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 rückwärts rückwärts fahr halt runter nimm wir halt nochmal schwul ja ich sag nochmal zack nochmal mitnehmen und rückwärtsgang dann bleibst du auch da gefälligstehen die scheiße zu wenn du aussteigst dann bleib dann die stehen ja beim bauen rollt er noch ne am Arsch der rollt runter der Wichser äh ja ja kannst du ja beim nächsten mal angucken glaub ich will das sehen so dann müssen wir hier erstmal noch eine Höhe boah als ich hier auf so viel achten muss das ist ja fast schon belastend ey ja ehrlich jetzt verdammte scheiße das passt hier höhenmäßig nicht ooooh ja ach das ist weil wir den Bahnhof ein von damit eingelassen haben ooooh dadurch passt das nicht wie ich das will da fällt ja auch zu einfach oder? mhm das heißt ich muss das hier ne ich setze ja jetzt hier nochmal alles um erstmal guck ich ob der Zug da überhaupt drunter durchpasst aber das sieht gut aus ja wir nehmen nochmal Schwung ja aufzubremsen du sollst Gas geben du Affe ich brauch den Zug zu beleidigen der hat es aber verdient der kann jetzt ja nein der hat es verdient ich bin mir ganz sicher so rückwärts aber er passt sauber drunter durch zumindest auf der Spur naja das hätte man auch schöner machen können ja ist doch noch im Entstehen begriffen jetzt lösch den lösch den lösch den weil er rollt ach am Arsch was passiert eigentlich wenn ich den lösch und du drin sitze ich glaub das geht nicht auch wenn ich im äh im Zug drin bin aus dem Game-Ross gebe gehe dann ähm ist der Zug auch nicht weg ist der Zug unlöschbar? ja das ist der Zug unlöschbar ja wir hier nochmal ohohoho Millimeter alter Vater aber sauber funktioniert auch ok dann muss ich mir mit dem Rest was überlegen das wird interessant interessant so wir kommen hier grundsätzlich erstmal runter ich ecke hier nicht an das ist auch gut ich kann hier aber nicht höher weil ich dann da anecke uuuuuhu oh 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 das wird teuer ja genau das denke ich auch grad ähm so hm ich will sagen das kann man so lassen den hätte ich sogar da lassen können scheiße so du kommst hier runter du gehst dann ein wie sieht das von der Seite aus? äh scheiße ich heiche ich heiche ich heiche ich heiche ich heiche ich heiche ja ich muss damit leben geht leider nicht anders tja hm hm da gehts rum da gehts weg und dann brauchen wir da tatsächlich mal ein gerades Stück buch und jetzt ist hier auch versatz? wie kann das denn sein? ach so mal weil ich da versatz habe ja loo macht ja nur Sinn jajajajaja sehn, sihn und unsinn und kann man total rüber steiten ne? ja ist der Stapelbar, hab ich gehört. Ja, wenn Müller macht, ist grundsätzlich erstmal Unsinn. Ja, das ist zu sinnvoll. Das ist sinnvoll, ja. Ja, hier geht das aber klar. Ich glaub, ich zieh das hier sogar nochmal ganz durch. So. Ja. Das ist okay, das sieht aus wie ein Stützwerk. Das muss so. Ja, sieht aus wie gewollt. Dann bauen wir hier doch auch ein Stützwerk dran. Zack. Stützen. Und da ziehen wir dann einmal so ins Graben. Das passt noch, gerne. Das sieht doch aus wie gewollt. Hm. Das kommt weg. Dann kommt das da ran. Und dann stützt sich das da so ab. Das müsste man irgendwie noch ganz runterziehen. Ich glaub, der wäre das cooler. Hm. Moment. Das kriegen wir da sogar hin. Hm. Nee, du musst weg. Du weg. Da ran. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Warum mach ich mir das so schwer. Mama bin ich dumm, 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 dumm. Ja, gut, dass du das gesagt hast. Ja. Allerdings. Na, kriegen wir das da noch ran? Nee, muss immer das Fundament weg. Komm, du. Komm. Komm. Das muss passen. Warum passt das nicht? Ich will das da rein haben. Muss der auch nochmal weg. Ja, dann passt's. Sehr schön. Und du da hin. Und. Na, komm. Und du da hin. Hm, sieht das ja fast aus wie gewollt. Kommt das weg? Das kommt auch weg. Wird dadurch ersetzt. Dann machen wir das gleiche dann nochmal mit dem. Und dann lasse ich das so stehen. Hm, wir gucken mal gerade. Wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt hier mache? Sind die schon wieder weg? Scheiße. Das war natürlich dumm. Wieder einmal. Das auch weg. Und dann machen wir. Können wir da mal sauber langlaufen? Ich hoffe einfach. Das machen wir mal als Kurve. Klick. Liegt ab. Liegt locker. Den sieht das doch fast aus wie gewollt. Fast. Das ist natürlich Bullshit hier. Na gut. Wir gucken erstmal. Wir können sauber durchlaufen. Wir können auch hier sauber rüber. Sehr schön. Wir können hier sauber runter. So far so good. Wir kommen hier bis zum Bahnhof. Was ist das denn eigentlich für Bullshit? Ich kann einfach den nach hier holen. Und dann erst hier einen runter. Spar mir einen Haufen. Gedöns. Was ist das da sauber dran? Brauche ich da nicht rüber? Ja, super. Manchmal bin ich. Ich zog das hier von ab. Okay. Na ja. So. Zack. Ja, schön. Bleiben wir hier noch auf der Höhe? Ne. So, jetzt kommt man nämlich sauber hier aufs Terminal rauf. Das ist doch herrlich. So. Und jetzt könnten wir hier tatsächlich nochmal einen wieg rüberbauen. Das heißt, der kommt nochmal weg. Alter. Was denn? Sieht aus wie so. Sieht aus wie ein Hörweg. Ich habe nicht fast gesagt. Jürgen, meinst du? Ja, das ist ja genau so. So, jetzt ist das Teil. Kannst du hier auch noch nicht verlaufen. Jo. Kann man. Ich habe jetzt Zeit für Schilder, aber es ist ja das Factory, ist halt so. Ja. Hashtag ist so. Hm, jetzt müssen wir mal gucken. Wegen Gründe. Vielleicht bauen wir auch so weiter. So weiter. hier um die Brüder Stuttgart die Murs aus die Fundamente sind und dann nämlich die wieso kriegt es so nicht immer diese Post ist von heute nicht was soll das zur Augenbote passen auf 8 die Fakten liefst Prozent 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 müssen leider noch mal weg ja zwei zumindest ich will halt was ausprobieren muss das spiel was wir hier sauber durch ja kommen wieder neu ja alles das spiel sind wir mit ihr bis hier nicht weiter du kommst hier nicht vorbei und dann sind wir auch da dran wir sind die stimmung und das mit ihnen das sieht ja alles schon ein bisschen nach kuddelmutter aus ja wir kommen so sehr kuddelmutter ist gar nicht das gefällt mir jetzt doch nicht mehr ja jetzt gefällt mir nicht mehr und dann doch wieder so ja hier eine schräge und doch keine schräge und wieder eine schräge das ist irgendwie bullshit ja das soll steht das macht keinen sinn nicht mal in meiner welt und das wird schon das heißen dann doch soja so 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 und nicht anders da brauche ich eigentlich kein gelände da kann ich eigentlich auch die hier nehmen und dann so ja das ist besser das ist eine etwas straightere linienführung und man könnte hier auch ach nee das ist dann auch wieder kacke okay noch mal anders ja hilft ja nix muss ja noch irgendetwas aussehen hier so nur da gerade und hier hoch ja ja so wird ein Schuh raus jetzt 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 komme ich jetzt komme ich jetzt wird da was raus so und so ich glaube jetzt ist das noch weniger kuddelmuddel auf jeden fall erstmal aus eigentlich bräuchte mich irgendwie ein stütz weg drunter weil das hängt mir hier alles ein bisschen sehr viel in der luft ja habe ich ja nicht gebaut ja 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 komm erzähl mir doch kein Mist hm erzähl mir doch kein Mist aber ich habe gerade ein echt großes Problem denn ich habe Bedürfnisse und deswegen sage ich euch ich bin gleich wieder da so und da bin ich auch schon wieder tada gar nicht so schwer so jetzt überlege ich gerade eigentlich nee hier komme ich nicht lang die Decke hängt zu tief äh denn meine Überlegung ist gerade eigentlich wäre es noch schöner wenn das hier gerade durch ginge ach man ich will hier den Weg haben danke aber ich habe ein Problem damit wenn Rohre durch die durch Gelände laufen durch Gelände ja durch Fundamente nein durch Gelände das ist dann schon komisch ja dann ist das so dann hast du es so ja so Mühe weiter soll ich mir das gleich mal angucken ja kannst du dir gerne angucken aber ich habe mir eh das gerade gerade so überlegt dann wird das passen na denn ja dann so da passt doch nie im Leben Zug drunter durch kann man gar nicht erzählen mäh hat sich das auch erledigt erledigt weg damit grrr Mann das äh stellt mich hier gerade vor größere Herausforderungen als es sollte ja und das missfällt mir hm lass ich diesen Weg da und mach das einfach nach ganz oben ich glaub das mach ich das ist hier zu viel Gefrigel dies macht keinen Sinn dann machen wir das nämlich nur hier soll ja auch ein bisschen anders aussehen ne mhm ich bin mhm wär schon gut wär schon gut wär schon gut und man kann hier eh sauber rüber laufen warum soll man sich das schwerer machen als es ist bauen wir aber hier hinten ne Treppe einfach mal ne Treppe bauen was hättest du davon ich baue einfach mal ne Treppe ey Yoshi soll ich mal ne Treppe bauen ja weißt du was ähm ist egal was du machst ne aber ganz wichtig baue eine Treppe ich baue ne Treppe okay alles klar hast mich überredet ich baue jetzt ne Treppe ja ah geile Idee von dir ja bin ich alleine drauf gekommen ehrlich war ich ganz alleine hey ganz großes Kino ganz großes Kino ja 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 so das war ja schon das nächste Problem aaaaaaah aaaaaaah schräg und schief bauen ist auch echt so ne Sache ne naja normalerweise kannst du es ganz gut ne aber an schön ne ja in schön ist halt so ein Ding wieso habe ich das jetzt da hingebaut wenn ich das hier aber noch wechsäbeln muss hehehe äh das kann ich denn nicht beantworten na komm jaaaah uff und weg damit so jetzt klappt das auch da hin und da hin oh wie ich mich diese Kettensäge so wunderbar fertig macht ne ist mir so dass du die Kettensäge auch nochmal wegpacken könntest ja aber ich musste ja grad was Kettensägen achso ja schlecht mit wegpacken ja ja ok das spricht natürlich dafür dass du die ähm nicht wegpackst ja was ist das hier eigentlich warum liegt die Kohle rum hehehe jetzt ist es schon Kohle nicht mal mehr Stroh so wie mach ich das hier hinten mitm wie ich jetzt erklär mir das doch mal einer könnt ihr machen aber äh ich hab nicht die Zeit und die Mundstift dafür hm wie muck wie das wie muck wie das baue ich die hier rein ne hier ist ein Zug hier kann ich das nicht reinbauen hier steht sinnlos ein Zug hälfte 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 wo der woher kommt und der woher kommt dann ist auch okay hier schon mal nicht obwohl ich könnte könnte ich könnte ich darf ich möchte ich was spricht dagegen dass da keine Wände sind hm das spricht dagegen hm so ne Fundamente wenn ich das jetzt einmal anders baue sieht das wieder nicht schön aus kacke noch eins krieg ich hier überhaupt so ein so ein Wandding hin gucken wir doch erstmal so äh so ein Treppending ja und es wäre sogar nur vor der Lampe gar nicht so schlimm die Lampe kann man woanders hin machen natürlich sind das ja ganz klar muss ja so sein was denn jetzt schon wieder hast du schon wieder ja ich bin schon wieder ne ich hab schon wieder meinen Mods Tag heute oh man hast du nicht getrunken Kaffee heute getrunken ne das war ja grundsätzlich mein Initialproblem heute Morgen ja nicht genug Kaffee ne aufstehen und nicht genug Kaffee haben ist halt Bullshit erst wie im aufstehen wach werden und niemanden töten ne das ist schon fängt schon damit an ja ja wenn der Morgen so anfängt kann das nicht werden so das alles muss der andere weg und dann sind wir gleich hier oben sehr schön so da so far so gut und dann brauchen wir hier erstmal ein anderes Fundament so 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 wie muss denn das hier hin so muss das hier hin dann kommt einmal da ein von da ne dran und da kommt einmal ne Wand dran ah komm mal so so und du komm ich weg und du kommst hier rüber ja dann kommt das weg ach komm echt jetzt also Autosave ja das meinte ich nicht ähm dann komme du ach komm schon watn Bullshit ey meine Güte einmal so dass nicht passt so dann brauche ich jetzt diese komischen abgeflachten hier ein runter muss ich wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er da ist er hier da ist er da ist er ja ja aber so will ich ihn nicht ach komm schon das soll jetzt nicht dein Ernst oder was da muss der da nochmal rauf man 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 ich bin schon hier meine Frustrationsolleranz bei sowas ist ja echt nicht nicht so hoch ne so jetzt brauche ich aber zwei runter weil ich ja ein höher gegangen bin oh man ey ich kotze im strahlen ja ohne Scheiß ey ne du sollst einen die scheiß Wand da jetzt halt weg man ey so jetzt du sagst mir jetzt ernsthaft nicht genug Freiraum f*** die Hände ey uuhh war das mal richtig dein Tag ja aber volles med immer noch nicht genug Freiraum was ist dir jetzt deine Sorge hier na ja ich fress noch kleine Kinder ey macht mir schon Angst ich fress grundsätzlich kein Kind das ist mir klar ist das ist mir überhaupt klarzustellen so hat er geflossen jetzt nachdem da alles weggerissen wurde in der Welt das da das kommt weg das kommt weg da kommt die Wand hoch und kommt auf die Treppe hoch netti was riecht hier so was riecht hier so was bitte die ist alle nochmal Reis es gibt Reis Baby Reis Reis Baby so ok ok hab ja gar nichts gesagt was netti wieder äh meine Frau ist der Reis angebrannt äh äh sagt er einfach ein stumpfes äh also wie kann der Reis ok wie kann Reis anbrennen so wenig Wasser drin ist also kein Kunststück naja das geht schnell man soll ja nur 1 cm 1 cm ja ist ja egal was irgendwer sagt wie man Reis kochen soll ich mach einfach so viel Wasser rein wie geht 1 für 3 ja aber dann passt er bei dem brennt halt nix an ja du musst ja egal was denn komm joshin jetzt lass du auch noch deine Reis Weisheiten raus deine Reis Weisheiten deine Reis Weisheiten ja es ist Reis Weis also ich benutze eigentlich immer so Kochbeutel Reis das wäre voll super ja ist auch mein Ding Kochbeutel Reis for the win ja hä 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 die waren jetzt unterschiedlich hoch die war so genau die Frau kennt sich aus und weiß Bescheid egal ohne die Stroh was ist denn was äh ich von Corona nix gehört oder was bitte von Corona nix gehört ja eben ne jetzt wissen wir endlich warum deine Maske rumliegt äh endlich mal der warum der Stroh rumliegt und warum deine Maske auf ist so jetzt haben wir es oh ich werde getecht ist das nicht lieb oh ist das nicht lieb wenigstens ein Mensch auf diesem Planeten habe ich irgendwie sowas ähnliches wie lieb ja irgendwie ja ich sage bewusst zu was ähnliches und sie betont das auch immer nochmal sehr zu sehr für meinen Geschmack ja 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 am Arsch ich hab den Kaffee gemacht echt glücklich das ist das ist allerdings ein Argument ja so 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 und dann kann da der Ausgang hin Hurray mit der Tür auf welche Seite auf der anderen Seite natürlich auf der anderen Seite als die die ich gewählt habe ja war klar ja war klar ja war ja auch Quatsch so so baue ich da schon ja ich baue da schon auch ein Glas welches Glas nehme ich ich glaube ich nehme das Glas oder nehme ich das Glas ich nehme das Glas ja finde ich gut no finde ich so grundsätzlich erstmal oh geil habe ich total eingebaut super ja wüsst du dich grad damit dass du es verkackt hast sehe ich das nee sehe ich das richtig naja ich ich haue heuer aber nicht rum wenn ich ähm hier drein gesperrt bin was du bist wer sperrt hier Wien ein ja ich mich selber gerade ah ich muss erstmal hier einen Zugang bauen hier für ähm den Thunderbolt von den du sagst also grad recht deutlich du stellst dich dumm an nie weiter recht deutlich sagen um du stellst dich ganz dumm an nee ich bin ich bin kein das ist mit ach so ja alles klar ja 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 was ich anfassen hat Hand und Fuß außer dass er gerade gemacht hat nämlich das Fenster an den Boden so ja also das kannst du also auch nicht alles klar hm ne ja so sind die Leute auch immer eingeschüchtert und zu viel Kunst das ist auch nicht aber das kann es auch nicht das gehört zu mir das gehört zu mir muss ich da oben noch hin eigentlich muss ich das gerne nicht so und so und so und so nie das ist die falsche Fundament das sind da da soll es so 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 da wird ein Schuh draus den wir hier nämlich doch noch ein Höhe und dann haben wir das auch ausgemetzt seh dir wohl ne manchmal bin ich nämlich doch kein Luca so sieht's in mir aus aha ich bin ja völlig vergeistert von dir ich bin auch entgeistert so passt wackelt hat Luft die Sache ist dann bräuch ich da das schon mal nicht aber hier brauche ich ein Geländer so Logistik Organisation natürlich so und der geht weiter hoch zack und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein Treppenhaus nach unten hmm tete rettete läuft läuft bei dir hier kommen wir schon mal runter so jetzt probieren wir das noch irgendwie anders hier hmm wie mache ich das ja wie machst du da in jedem Fall mache ich das anders thomas anders nee ganz anders hmm ich will da ein Höhe das heißt ich muss hier jetzt den oh ey mein kopf ist gerade richtig knurken so dann kommt das weg dann kommt das weg dann kommt das hier wieder rüber und dann brauchen wir den hier ja ich bin mir selbst nicht so ganz einig was ich hier bauen will glaube ich ich glaube das ist mein großes Problem ich versuche hier gerade ein bisschen den Schwung wieder rauszunehmen weil es mir ist also etwas zugeschwungen ist Christen Macke ja so dann wäre ich ja schon fast hier der Zug sollte da durch passen wo ist der jetzt eigentlich hingerollt zwei Köln sobald kann er nicht weggerollt sein sobald kann er nicht weggerollt sein nö nicht wirklich an die nur bis zum Ende des Baumes ne ja so das so das da ist nämlich einmal alles weg das kommt auch weg und da kommt dieses T-Stück rein so das gleiche mal hier hinten ey warum hat das so gemacht? naja nicht den Bahnhof mit abreißen ach komm schon ey ist doch oh ich sehe gerade unsere Zeit ist fast rum das ist gar nicht gut ich habe hier nichts gemacht außer ein paar Wege oh ganz ehrlich ne nichts schafft er weißt du das ist wieder so typisch Satisfactory ja das war eben ja Stunde ist nix Stunde ist gar nix so gehen wir bis hier hier wieder so ein schönes T-Stück dabei muss ich mir noch angucken was der Joschi hier schönes verbockt hat ha verbockt hat von dir will ich gar nicht reden was du da noch als reingezaubert hast naja aber ich hier ne bei mir ist das alles irgendwie wie gewollt wie gewollt nachdem du gemerkt hast halt scheiße ja aber dann wie gewollt okay so ja weißt du manchmal mal passen Fantasie und Realität einfach nicht zusammen bei mir kommt das halt als öfter vor ja live bei dir nicht immer ach komm sei doch mal einfach nicht so so da rüber und dann klack und dann kommen wir hier nachher zum letzten Bahnhof Bahnhof so ja das gefällt mir besser das beruhigt das alles ungemein so jetzt können wir mal gucken gibt es einen Grund da auf die Container rauf zu gehen ähm eigentlich nicht weil ähm wegen gefährlich und so ja aber hier ist ja Hilfpflicht naja von daher äh kann man auch mal gefährliche Sachen machen nein doch 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 kann gefährliche Sachen machen wir können hier immer gefährliche Sachen machen zum Beispiel mit äh Sprengkörper rumspielen zum Bleistift ja ich glaube das will ich so wir machen das hier nämlich auch so ey eine Stunde für nix und wieder nix ey hm nur für ein paar scheiß GWW ich wollte so viel schaffen heute ja sei froh dass ich da bin ja wo bist du eigentlich ich muss ja erstmal gucken hier ja was machst du hier für den oh oh der wie oh oh aber wärs wärs nicht cleverer gewesen erst das Fundament zu bauen und dann das Rohr ne wie was hä bitte ich nicht doch egal egal ganz egal naja du kriegst ja achso du nimmst dann diese anderen Fundamente also du weißt dass du die Rohre einfach durch normale Fundamente durchziehen kannst ne ja aber das sieht aber ähm möchte ich aber nicht möchte er aber nicht Möchte er aber nicht ok ne ich lass ihn mir freie hand was macht der denn hier unten kann ich gar nicht gucken ich seh den nicht ich hab übrigens letztens ich hab übrigens letztens ach du bist oben guck mal einer an ich bin hier unten du bist oben aber ja aber wo hier ah guck mal wie das macht er aber schön ja aah Physikheiten Jo Physikheiten speichern richtig zum Woffern und dann äh weg ja ich hab übrigens letztens diese blöden Katzen gesucht ne meinst du ich finde die ich hab hier fast alle Fundamente wieder weggerissen ich finde diesen blöden Höhleneingang nicht das nervt das nervt das nervt sich ah du hast ihn einfach unterirdisch weiter gezogen das ist kein ja genau das war klug ja klug äh klug mit der Sichtweite sieht man kaum das Ende vom Gang aber egal äh nicht alles gut alles gut alles gut alles gut ich hab nichts gesagt alles ok beruhige dich ganz locker wir sind ähm da unten und die Höhlen warte mal wir sind wieso gefällt mir das jetzt eigentlich nicht mehr warte mal die wirst du auch nicht äh warte mal sie da da sassfähig nicht ohne Walden äh warte mal ist so ne warte mal ist das das ist die ne die es war der Eingang sogar bis weiter weg Prozent Prozent so dass gar nicht mal so leichter die Blüten Katzen zu tun Prozent Prozent doch schon Quatsch was ist ein Ausgang ja muss ich bei Zeiten machen ja also ist ein bisschen längere Köln Höhle die müssen hier bis zu unten hin führt ok wie ätzend ist das denn ähm für dich sehr ätzend allerdings so dann führt hier noch den Gang rüber und gucken wir mal wie gut das passt ja natürlich passt das gar nicht mal so gut doch eigentlich vielleicht eventuell ne natürlich nicht natürlich haben wir auch hier wieder dieses beschissene Problem mit dem einen Fundament ja was denn jetzt schon wieder was ist denn jetzt schon wieder ein Problem das Problem ist einfach dass die Höhe vom einen zum anderen nicht so richtig gut passt und ich glaube ich baue das jetzt so um dass das hier überall passt ganz ehrlich ne ganz ehrlich ja du machst das schon super super klasse Aussage ja was soll ich denn sonst sagen so wir gehen hier also einen runter weil geht nicht anders also geht schon anders aber sieht dann scheiße aus und ich habe überall diese dreckigen Kanten drin die ich nicht haben will und äh um das in dieser Folge einfach noch fertig zu kriegen mach ich den guten alten schnitt so und dann läuft das hier Yoshi alter ich hab's gewusst ich hab's genau gewusst ne wir sind jetzt Waggonroller wir haben halt geguckt ob es da oben irgendwie glitscht und jetzt hat Yoshi großen Spaß daran hier ein Waggon nach meinem runterrollen zu lassen na gut ne solch groben Umfug damit kann ich ja umgehen ne das kenne ich äh von den Menschen die ich betreue so auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Treppe fertig die mir auch halbwegs gefällt ne ich hab hier eine ganze Menge nochmal umgesetzt äh hier hört das einfach auf ok äh ja ist ja auch schön macht aber nichts ne fast fertig nimmst du äh ja ja genau denn ab und zu dann sind wir da drin eventuell nämlich das doch einfach weg und dann bin ich auch glücklich wow so jetzt passt's so dann wollte Yoshi uns zeigen wie schön er Rohre gebaut hat komm lass ich zeig uns wie Rohre aussehen ähm 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 äh rund und lang und ähm ja das ist doch ganz gut aus ja wir haben die Platten eine halbe Fundamenten so Kunstkumpf du auch mal lange denkt dann was man den kurzen Weg nehmen und dann so sind wir da ja wie so hier unten ist ja mal ausgenutzt den Platz den wir haben hier haben wir gleich ein paar Physikheiten genau ne kann ich schaden ich weiß noch nicht was hier ankommt aber irgendwas wird die bestimmt ankommt ich glaube ich brauche Wasser für Aluminium brauche ich Wasser oder? äh ja aber Wasser ist ja das kleinste Problem ich glaube du hast ja ein paar Seen in der Nähe ich weiß nicht wo du das hin baust eventuell oben drauf tatsächlich ja dann ähm ist in der Nähe so ein kleiner Teich dann kannst du lieber den benutzen und die äh den ich kann hier anderen Kram anliefern ich habe irgendwas mein Blick fällt gerade warte mal ich weiß nicht hängt es in meiner Wimpe? ja was ist das denn? egal warte ich mach's weg ich bin wieder da die Fresse ich schmeiß hier ein bisschen Vegetatoren äh bisschen Dynamit ins Gesicht damit alles besser äh so kann man hier nur noch rein aber hier runter gibt es keinen Weg oder? äh doch ne das ist das hier nur da ähm ne alles cool genau hier das können wir ein bisschen flacher machen aber egal ja so und hier und hast du kommst hier auch in den anderen Untergrund rein genau du hast nur einen zentralen Eingang und ja schön nicht noch mehr Löcher im Boden richtig so äh oh guck mal Kaffee Time Kaffee Time? oh ja stimmt mein Kaffee ist sogar noch was drin der ist mittlerweile arschkall dabei oben egal meine auch noch gibt so Sachen geil so dann können wir hier aber das Fundament auch wieder runter sitzen fällt mir grad mal auf plopp nee nee wie kommt auch der Zugang dahin ja ich hab Quatsch erzählt ich hab Quatsch erzählt wieder einmal Quatsch Quatsch bei Wänden finde ich keine Fundamente ähhh wo ist es denn jetzt bin ich doof? ja bin ich doof aber anderes Thema anderes Thema Antwort wird nicht benötigt okay ok und dann führt hier oben auch Glitch frei auch wenn Yoshi meint er sieht hier Glitch sauber einmal einen Weg hier runter wir können direkt hier rüber laufen ne und hätten entsprechend auch hier einen Weg runter ja so dass man hier hinkommt wo man noch nicht hier kommt ist da drüben obwohl wir da natürlich oben dann ein Treppenhaus haben ich überlege tatsächlich ob ich hier einfach was drauf baue und das dann wegetechnisch verbinde ne aber das werde ich mir glaube ich offline mal überlegen und was zurecht basteln und dann gucken wir mal wie das aussieht wenn ich das nächste mal euch eine Folge zeige denn ich will jetzt hier nicht noch mehr Zeit mit irgendwelchen Gehwegen verschwenden echte Gehwege ja unglaublich oder ich habe eine Stunde lang Gehwege gebaut ja aber warum machst du nur Gehwege machen wir auch sinnvolles wie Rohre legen oder so ja das sind unterschiedlich kompetenten Menschen haha das war hast du gehört Kompliment Kompliment ja ne also ich bin ja kein Fuchs ja ich hab dir lieb so hier haben wir auch unsere Treppe ist das super man kommt hier überall irgendwie hin ne ob sich jemand der hier nicht ortskundig ist zurechtfindet sei mal dahingestellt ey wo kommt denn die Rorio um eigentlich raus das hab ich noch gar nicht angeguckt äh nirgends ach ja die kommen die kommen raus die kommen sogar auf der gleichen Höhe wie die Dings raus ja das ist ja geil ja das ist schön ja das gefällt mir finde ich gut du kannst was mir auch einfällt du kannst du auch nicht musst du ja nicht unbedingt ähm hier ist bauxite hier hinbringen du kannst auch die äh äh diese Aluminiumflüssigkeit herbringen und das hier um äh nageln stimmt hast du mal nur aber das Problem hast du wahrscheinlich dass du dann das Wasser wieder loswerden musst was du dann wieder raus holst ja da finde ich immerhin wie äh äh wäre total easy äh äh hätten wir die Dings da unten nicht kaputt gemacht ach so die ähm ja ja dann hätte man hier schön Beton machen können da gibt es doch diese Alternativrezepte mit Wasser ja das ist nasse Beton ne ja genau hast du schon freigeschaltet die müsste ich freigeschalten haben ja kommen wir nochmal ist das raffinerie ist das ne äh ja ja hast du aber ja wird nasser Beton da wäre ja gewesen ne ja ja gut ich meine wasser verpacken und schrädern ist jetzt auch nicht das Kunststück ne naja gut die kannst du auch noch mal im ärzte hier äh äh das kannst du auch äh du meinst äh äh fabriken rumrum bauen also gebäude aber was denn hier hast du Eisen ne das ist Eisen hier ja ja ach so das ist ja auch mal alles verplant genau ähm ja aber das ist was für eine andere Folge eigentlich ja ähm Eisenbahnen hast du schon freigeschaltet ne erstmal nicht schade ähm was meinst du denn das ist ja schön hier ähm neben hier ein paar Reftorin bauen können und dann ähm die Eisenbahnenproduktion auf motzen ja genau und dann hinten die Eisenbahnen ähm Produktion wegnageln ja das wäre eine Idee gewesen aber man kann hier eins haben was hier ist ja auch noch denkst du ja äh guck mal hier sind noch Kalkstein normal stimmt hier sind noch Kalkstein geil das könnte man nicht und ich hab da hinten Kupfer das ich von der Sache her ja auch gab's doch nicht auch ein Rezept ich bin mir nicht sicher ja für jedes Erzgisten Rezept ähm ähm Kupfer hast du aber noch nicht freigeschaltet ne doch freigeschaltet alternativ rein der Kupfer richtig ja geil dann kannst du mal richtig da äh du kannst auch mal x drücken ne ja ja ich weiß ähm ich hab hier aber auch Kohle äh ja ach wolltest du dann äh 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 ja gut äh ne das normale Rezept ist für ähm ach so ja das haben wir geändert von ähm Petro Koks auf Kohle und haben sie mitgetauscht dann ist quasi das Alternativ äh das der zweite Ausgang ist Kohle ne Wasser äh Aluminium Schrott und Wasser kommt raus äh genau und aus Aluminium Oxid Lösung und Kohle wird oha na gut dass ich Kohle hier auf der Ecke habe und das nicht komplett abschöpfe äh ja ich glaub da hab ich noch Luft wieso steht denn hier auch schon wieder was ist denn hier los ey überall stehen schon wieder Kisten rum ey vielleicht soll das mal wieder aufräumen ich krieg hier wieder Rüffel ey ja so aber ja das wäre mit der Folge sind wir dann erstmal durch äh ich glaube dann werden wir beim nächsten Mal Schieten verlegen und gucken wo wir den ganzen Scheiß herholen oh und äh wie wir das mit dem Zug dann machen die Höhe ist glaub ich gar nicht so ein Problem Joschi ja denn wir können ja eine Hochseilbahn quasi bauen das ist ja gar nicht das Ding ne hochseilbahn schön hier durch die Basis drehen eine Hochseilbahn genau und wenn wir hier außen rum gehen wir müssen ja einen Kreis irgendwie hinkriegen sind wir ja schon ungefähr auf der Höhe ich glaube das passt halbwegs oh Speckpilze oh nicht gut oh guck mal Gegner und Speckpilze Speckpilze oh mhm lecker das ist mal wieder und todell wir können mal wieder mal 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 wirklich mal Festplatten suchen gehen nicht mal so hier ja ja ist eigentlich trinkt mal nötig bei mir aber das sind ja immer so meine Community Sachen die ja bis jetzt eigentlich immer ganz witzig waren auch wenn wir uns beim letzten Mal nicht viel getötet haben und die Jäger mehr Festplatten haben als Gejagte ja das ist das Problem wenn die Jäger mehr Orientierung auf der Karte haben aber ist ja egal ja aber dann könnte man vielleicht mal gemeinsam Festplatten haben wäre ja auch ne Option ja genau ne das geht ja auch so wie die muss sein ich danke euch erstmal fürs zugucken wenn ihr das nächste Mal da seid steht hier schon irgendwas drauf da bin ich mir ganz sicher ne das ist alles ein bisschen gegradigt wird und ja vielen Dank Yoshi dass du wieder dabei warst ja gerne wieder aua alter ey und ja wir sehen uns in einer Woche ne nicht wundern ab jetzt gibt's immer Samstags Setfakt Setfaktory und Dienstags du blöder Penner äh Deascent ne da ist die erste Folge schon online mit Yoshi und dem No Budget äh Yoshi und dem No Budget Nerd sag ich schon mit Kai und dem No Budget Nerd und äh ja guckt auch da gerne mal vorbei ansonsten bis zum nächsten Mal vielen lieben Dank fürs liebe Leben und schaltet gerne wieder ein wenn es beim nächsten Mal heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar und wahrscheinlich auch wieder Yoshi Fängerhauen So Peace out Musik Musik